Ich zeige euch jetzt mein Zimmer, weil ihr vorher stellt mein Bett ja mal hier, vielleicht wisst ihr das. Hier ist einfach nichts. Hier ist mein Schrank, weil es zu ist. Ein Poster. Ein Ronelli-Poster. So. Hm. Den Sitzsack. Mein Schreibtisch. Und dann kommen wir jetzt in mein größeres. Dann ein Poster. Dann ist hier ein Schrank. Also ich kann sagen, mein Zimmer ist nicht ganz aufgeräumt. Also so der Schrank. Und dann ein paar Lego Sachen. Dann steht da mein Tischkicker. Mein Fernseher mit W. Ein normaler Fernseher. Xbox. Meine Torwart-Handtour. Wenn das Schluss beim Jahr ganz, wenn ich auch wieder ans Tor darf, dann mache ich ein paar vielleicht Torwart-Challenges oder irgendwie so. Wenn ihr Bock habt. Hier ist eine Müllermilch. Wenn ich jetzt ein Bordelflip schaffe, macht ihr über 5 Likes bei diesem Video. Ja. Über 5 Likes. Und jetzt auf Deckel. Dann macht ihr über 10. Uh. Okay. Über 10. Über 10 könnt ihr trotzdem machen. Also. Dann ist hier halt meine Müllermilch. Eine Box. Dann ist hier ein Widget. Ich bin ja. Und da habe ich noch irgendwas reingepackt. Hier Urkunden von Kopf und Schattlauf. Dann da steht was. Dann sind da Kopfhörer. Dann eine Urkunde. Mario und Luigi. Warte. Mario steht nicht richtig. Aber Miang. Eine Fernbedingung. Die kennt ihr sogar vielleicht schon. Oben. Hallo Gehirn. So. Und dann. Und. Geht grad nicht. Warum geht das grad nicht? Ach jetzt. Da jetzt ist orange. Und so. Und dann kann ich auch so anstellen. Dass es immer verwechselt. Und ja. Das finde ich eigentlich ganz nice. Denn ist hier noch eine Urkunde von Fußball. Mit der Schule. Da unten. So. Dann ist da. Ne. Geburts. Hier. Handzeige. Sozusagen. Dann. Dann sind da. Bokale. Also. Zwei. Medaillen. Dann mit Boxhandschuhen. Hier ist so ein kleiner Boxhack. Dann ist hier mein. Sofa. So. Dann ist hier der Tisch. Den hab ich da gerade hin. Stellt weil ich mit jemandem ein Video anruf gemacht hab. Dann ist hier mein. Bett jetzt. Habe ich da so einen Blick draus. Oh es hat gerade ein bisschen geriebt. Und. Halt hier. Das unaufgeräumteste. In meinem Zimmer. Dieser Schrank. Den räume ich jetzt auch auf. So. Ich hab jetzt ein. Ein bisschen aufgeräumt. Oder ein kleines bisschen da im Gespann. Ich meld mich nachher nochmal wieder. Ich. Ein bisschen weiter bin. Dann mach ich wieder ein Zeitraffer. Sonst müsst ihr die ganze Zeit. Und so. Das ist viel zu lange. Und ja. Bis dann. Warte. Gerade. Gerade beim Aufräumen. Habe ich. Oma hier im Schrank. Alte Schuhe. Oder. Von meiner Schwester und mir. Einigermaßen unsere ersten Schuhe. Hier so. Da passen. Da passen meine zwei Finger rein. Oder eher gesagt. Da passen drei Finger von mir rein. Da ein paar. Von unseren kleinen Schuhen. Dann. Dann. Noch welche. Und dann sind. Ich zieh noch ein paar. Keine Ahnung wie in den gehörten. Hm. Und die. Ja. Jungs. Auch ganze Zeit craftig. Als h relief λέtern. Ich muss da zusammen verfluten. Auch wenn du. Damit kannst du sinning aber alles. So. Ihr habt ja vorhin hier meine Medaillen gesehen. Hier meine Medaillen und εδώ. Und jetzt beim Aufräumen habe ich noch 3 weitere Reiche unten. Sagt mal wie ihr. Findet ihr das? So sieht es gut aus? Oder findet ihr es eher besser wenn das hier links, rechts, also rechts, links oder halt da hängt? Schreibt mal in die Kommentare. Ich hänge das jetzt einfach erstmal hier oben dran. Und dann werden wir sehen. Und ja, ich räume jetzt noch ein bisschen auf. So, ich bin jetzt einigermaßen fertig. Den leg ich gleich noch raus. Och, meine Schwester. Sie hat aber meine Decke unendlich gemacht. Jetzt ein Tutorial, wie man eine Decke faltet. Spaß macht. Die Decke ist ganz schön groß. So, gefaltet. Und jetzt zeige ich euch hier ganz oben. Dann hier die Bücher. Und das hier sind alle Bücher, die... Oh, viele Bücher von Astrid Lindgrit. Ja, Emma. Alle Blonde, Chris. Bäh. Dann Ronja, Räubertochter. Also, dann Astrid Lindgrit Erzählung. Michael aus Lenneberger. Pippi Langstrumpf. Keine Ahnung. Die Kinder aus Bollabü. Die Kinder aus Bollabü. Ferien. Auf Salkrokan. So, das sind jetzt einigermaßen. Ne. Ja. Und dann hier halt. Und so unten. Das Nintendo-Spiel kann ich jetzt mal wegpacken. Und ich... Ach ja, und. Ich habe hier bei einer Frau ein paar Luftballons gefahren. Die mache ich vielleicht auch noch. Pusse ich in irgendeinem Video auf. Moin, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst ein Like da. Ein Abo da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Meili, willst du auch noch was sagen? Moin. Cool. Bis zum nächsten Mal. Und tschau.